Die eineigigen belgischen Zwillinge, die aussehen wie zwei Pommes. Man kann sie eigentlich nicht unterscheiden. Sie reden nie miteinander, immer nur mit den anderen Kindern. Und das mit den Prada schon, das können wir auch wieder ändern, Herr Benedikt. Meinetwegen können Sie hier auch die Republik ausrufen. Aber bitte schön tagsüber. Es ist fünf nach zwölf. Ich will hier in Ruhe ratzen! Nimmt er nur in den seltensten Fällen den bayerischen Dialekt an. Die, die es trotzdem probieren, werden in der Metzgerei schon mal direkt mit dem Hackeball zerkleinert und durch den Fleischwolf gedreht. Es ist noch demütigender, von dem Metzger, der einen verwusstet hat, verkauft zu werden. Wird durch den Fleischwolf gedreht und als Kornebeef eingedost. Also die, die es trotzdem probieren, die werden sofort durch den Fleischwolf gedreht in der Metzgerei oder als Gesichtswurst in die Auslage gelegt. Auferstanden aus Skandalen, Steuerprotz und Plagiat bringen dich in die analen Wirtschaft, Kirche und durch den Fleischwolf gedreht. Tillmann, ich kann doch nicht arbeiten, der Pfeiler muss weg hier. Und der Berlusconi stand bei dir noch nicht drin. Der muss auch noch rein. Ups, ich habe das Internet gelöscht. Wo ist das hin? Schau im Papierkorb nach, ätz. Da ist nur eine Bananenschale. Hallo, mein Name ist Andi. Ich bin neu hier. Hallo Andi. Hallo, mein Name ist Andi. Hallo, mein Name ist Andi. Hallo, mein Name ist Andi. Vielen Dank.